Wenn ich... doch nicht. Kennst du diese fliegenden Autos aus den ganzen Science-Fiction-Filmen? Willkommen in der Zukunft, Dani. Da es hier keine Flugabwehranlage mehr gibt, kannst du einfach am Hebel ziehen und zusehen, wie das Baby abhebt. Und jetzt gibt es die Flasches aus der nächsten Wurzigen. Und jetzt geht es die Flasches. Wir werden das Flasches aus dem Aufschluck. Und jetzt gehen wir mal weiter. Und jetzt geht es nach dem Geschlecht. Und jetzt geht es mit der Flasches-Fiction-Filmen. Und jetzt geht es mit einer Flasches-Fiction-Filmen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.